Herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir sind gerade immer noch unterwegs wer die letzten Videos gesehen hat und jetzt kommt es zum unangenehmen Part und zwar das tanken. Ja, teuer. Hier gibt es nicht mal E10 Benzin, muss man E5 nehmen. Ja, was auch immer das heißt, keine Ahnung. Werde ich früh oder spät genug auch noch kennenlernen, wenn ich meinen Führerschein mache. Naja, bevor wir viel reden, los geht's mit dem Vlog. Mann, fahr doch. Sehr gut. So, wir sind immer noch in Oberhausen, fahren jetzt Richtung Köln und man hat sich da verabredet und das Wetter ist ja super. Weshalb, Köln ist für mich ja immer eine Reise wert. Das liegt ja auf dem Weg, es ist nur ein bisschen über eine Stunde und wir genießen jetzt die Fahrt bei schönem Wetter und wir haben uns den Soundtrack hier angemacht von dem Film, den wir gestern gesehen haben, Dune Part 2 von Hans Zimmer. Ja, und super Sache. Soll ich noch was erzählen, Johnny? Nee. Kurz und bündig. Also, auf geht's nach Köln. Ja, ich hab ganz vergessen, wie es ist, wenn man nach Köln fährt. Da hat man ja immer Stau und schön viele Baustellen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es war bisher immer so bei jeder Fahrt. Das ist ja so ein Punkt, da wollen viele hin. Ja, oder, ja, das kann natürlich sein, das ist wahrscheinlich so, aber irgendwie kann es nicht... Das wären ja nicht so viele Autos, ne? Ja, aber irgendwas muss da hier nicht stimmen an den Straßen, weil hier, wie sagen wir, so oft schon nach Köln gefahren und immer war es eine Katastrophe an jedem Tag. Ja, in Amerika hätten wir das nicht. Da hätten wir eine fünfspurige Autobahn und dann wird das hier nicht alles staunen. Ja, das ist sicherlich richtig, aber naja, es macht einfach keinen Spaß, diese Fahrt, aber trotzdem ist es egal. Wir sind um 20 vor 10 in Köln und das dauert jetzt noch eine Stunde in etwa. Von daher ist es wohl erträglich. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, Parkplatz gefunden, ein bisschen schwer, deshalb Foto gemacht zum Wiedervoll. Ja, also die, nein, es ist eine ganz gute Tiefgarage hier. Also Parkgarage, die Hotelpreise in Köln explodieren jetzt gerade. Wahrscheinlich ist es wieder irgendwie eine Messe oder wegen Ferien, keine Ahnung. Wir parken jetzt in der Parkgarage vom Steigenberger Hotel, wo ich mit Simone schon mal vor kurzem war. Wir wohnen aber nicht hier, weil das war unbezahlbar. Das kostet irgendwie pro Übernachtung über 250 Dollar, Euro. Jetzt müssen wir erstmal wieder rausfinden. Wir haben nämlich ein anderes Hotel, was in der Nähe ist von hier. Da müssen wir aber ungefähr fünf Minuten, glaube ich, zu Fuß hingehen. Nachher mit den Taschen. Machen wir später, wenn wir einstecken können. Heute Abend oder so. Erstmal hier rausfinden. Das Gute ist, dass wir uns inzwischen in Köln ganz gut auskennen. Ich habe aber gerade mal festgestellt, es ist zum ersten Mal, dass ich in der Woche hier bin. Was machen wir immer nur am Wochenende hier? Jetzt sitzen wir hier gerade beim noch nicht geöffneten Augustina am Heumarkt. Wo wir gleich was zum Mittagessen essen wollen. Oder zum Frühstück, wie man es nennt. Wir haben auch noch nicht gefrühstückt. Und dann sucht sich hier gerade eine App raus, wie er mit dem öffentlichen Nahverkehr den ganzen Tag herumfahren kann. Wie sind da die Ergebnisse bisher? Ich habe eine App gefunden, ne? Ja, ich habe eine App gefunden. Das ist der erste Schritt. So, wir warten jetzt bis 11 Uhr, sondern noch eine Viertelstunde. Und dann gibt es hier lecker was zu essen und Erfrischung in der Sonne. Totales geile Wetter. Also ich freue mich, dass Don die Idee hatte, dass wir heute nach Köln fahren, muss ich mal sagen. Jetzt, wenn wir unser Auto geparkt haben und den ganzen Stress hinter uns lassen können. Es gibt neuen Stress. Ich muss auf Toilette. Aber wo soll ich rein? Alles zu hier noch. Ich lasse einfach laufen. Das ist ein Stress. Ich kann dir aber einen guten Trick verraten. Einfach laufen lassen. Geradeaus gehst, wo der orangene Schirm ist da hinten. Orangener Schirm? Ja, da. Da kann ich rein. Die Frauerei zum Pfaffen. Da kann ich rein. Die kennen mich da. Hast du dich immer auf mich berufen. Ich kenne dich da. Ich war schon öfters da. Die haben auch mal da was. Ja. Ja, so muss Urlaub sein. Ich muss nicht mehr Auto fahren. Kann man jetzt hier so ein leckeres Augustiner Edelstoffbier gönnen. Das ist eigentlich so wirklich eine Köstlichkeit. Sonne genießen. Und Johnny hat sich gerade sein Ticket gekauft. Ein Tagesticket. Das ist relativ breit, muss ich mal sagen. 24 Stunden für 10,80 Euro oder so was. Oder was war das? 10,84 Euro oder so. Ja, finde ich ganz schön mutig, dass er sich das... Ich hätte ja ein bisschen Sorge, dass ich das alles finde. Aber du bist ja auch so... Stefan, weißt du, dass er eine App auf seinem Handy hat, mit denen er so gucken kann, wo er einsteigen muss und wo welche Haltestelle ist? Aber er benutzt sowas nie. Also ohne das würde ich es auch nicht hinbekommen. Aber wenn ich das halt auf dem Handy habe, dann ist das ja easy. Ja, cool. Und dann treffen wir uns erstmal erstmal schön was. Dann hat sich, glaube ich, ein Leberkäse ausgesucht. Noch nicht ausgesucht, also in der Karte vorgewählt. Es gibt ja erst ab halb zwölf, dass die Küche erst geöffnet. Und ich werde einen Schnitzel Wiener Art essen. Und als Frühstück. Und dann sehen wir uns ja heute Abend erst wieder. Dann... Hauptsala. Na ja, was ja passiert ist, darf ich nicht verraten. Aber die Spreit ist ein bisschen leerer geworden, ohne das, was in seinen Mund gekommen ist. So, das sieht gut aus. Rätig Hunger. Mein Schnitzel Wiener Art. Und bei Johnny, der Leberkäse, sieht auch fantastisch aus. Das ist sowieso ein guter Laden hier. Wir waren ja schon mal hier, Simone und ich. Hier ist der Leberkäse. Bist du zufrieden? Mhm. Ja. John liebt Leberkäse. Ich kenne ganz viele Leute. Ich finde es auch irgendwie ganz komisch. Was heißt liebt? Ja, du machst es ganz oft, wenn wir irgendwo essen gehen. Ja, wenn wir in so einen bayerischen Laden gehen. Stefan geht ja immer zu so bayerischen Läden hin. Da bleibt mir ja nicht viel übrig. Du kannst auch Weißwurst bestellen. Machst du auch gerne, oder? Nee. Nicht mehr? Nee, wechselt immer. Achso, wechselt immer. Na gut. So, ich freue mich jetzt hier auf mein Mittagessen. Über das tolle Wetter. Und dann habe ich gleich einen ganzen Nachmittag meine Ruhe. Das ist auch nochmal was ganz schönes. Was mache ich denn bloß? Weiß ich noch gar nicht. Hast du eine Idee, was ich machen kann? Nö. Na toll. Was ist denn da versteckt unter der Serviette? Essen, was ich nicht geschafft habe. Und jetzt gehe ich los. Aber ich muss erstmal... 48 Minuten brauche ich. So. Ah, ich habe noch was zu trinken. Das trinke ich jetzt weg. Hey, 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 hey. Oh, mit Wodka geht das besser. Ja, Don ist erstmal jetzt unterwegs. Eine Stunde mit U-Bahn und Bus. Ich bin hier, wie man eben schon gesehen hat, am Kölner Dom angelangt. Und ich überlege wirklich, nochmal hoch zu steigen. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Aber ich glaube, nach dem leckeren Essen... ...tut Bewegung mal ganz gut. Und Treppensteigen ist gesund. Natürlich ein Nachteil. Es ist natürlich voller Touristen hier. Und natürlich werden schon unzählige Leute oben sein. Aber heute am Frühlingseinfang, sage ich mal... ...bischen Aussicht genießen. Über Köln. Ich probiere es nochmal. So, das meiste ist schon geschafft. Jetzt muss ich die kleine Treppe hier hochgehen. Dann bin ich schon oben. Es muss oben die Hölle los sein. Das sage ich mal im Vergleich zu dem Mal, wo ich hier vorher war. Schon nachts war immer bei mich, wenn ich überall so früh da bin. So, gleich, wenn es aufmacht. Aber was mir entgegenkam, war schon eine ganze Menge. Viele am Meckern. Man muss sich rechts halten und bla 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 bla. Ja. Mal sehen, wie es oben aussieht. Auf jeden Fall scheint die Sonne. Es ist blauer Himmel. Muss eine gute Aussicht sein. Lohnt sich auf jeden Fall. Weil für 6 Euro kann man es mal eben so machen. So, und für alle die, die noch niemals hier oben waren. Und vielleicht ein bisschen Höhenangst haben. Das ist alles nicht schlimm. Auch ganz oben nicht. Das Einzige, was ich schlimm finde, ist hier. Wenn man nämlich hochkommt. Und ich habe schon mal ein paar Videos gesagt. Vorweg, wo wir auch schon mal gefilmt haben. Wenn man hier auf diesen Fenstern blickt. Beim Hochgehen, auf diesen hohen Domfenstern. Dann merkt man die Höhe. Ist schon unerheblich. So, oben angekommen. Hier ist die Aussicht. Wunderbar. 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 Ja, man lernt einfach nicht aus. Was ich eben so gehört habe bei anderen Leuten, diese sieben Bergzipfel, die man da in der Ferne sehen kann, ist das Siebengebirge. Schon viel von gehört, noch nie gesehen, heute erstmals wahrgenommen. Ist doch noch mal gelohnt heute. So, und schon wieder unten ist eine Wärme ohne Ende. Sehr schön, Frühling, endlich. Runtergehen vom Dom war kein Problem, kann man kaum welche entgegen. Hochgehen war ein bisschen anstrengender natürlich. Man ist dankbar für jede Pause, die man einlegen muss, bei welchen entgegenkommen. Ich hatte auf dem Weg nach oben glaube ich so drei kurze Pausen von jeweils so 10-15 Sekunden. Schon ein bisschen anstrengend, aber nicht so anstrengend, dass man sagen sollte, ich bleibe lieber unten. Also es ist wirklich toll, immer wieder ein Erlebnis. Ja, und jetzt habe ich mir einen Kölsch verdient, würde ich mal sagen. Es ist echt warm, es sind bestimmt 20 Grad hier. Gefühlt auf jeden Fall, fitzig angezogen. Gehen wir mal in Richtung Rheinufer. Ja, mit dem Kölsch war gar nicht so einfach hier am Rheinufer. Noch habe ich keins, noch nicht mehr bestellt. Das Bier aus am Rhein, wo ich sonst immer gewesen bin, mit Simone auch, hat heute geschlossen, aus Krankheitsgründen. Da wo die grünen Schirme sind im Hintergrund. Da war ich eben noch bei so einem anderen Laden, der daneben war. Da kostet das Kölsch, ein Kölsch, 3,30 Euro. Ich war noch Preise gewohnt, ja, unter 2,50 Euro. Hier kostet das Kölsch, wo ich bin, bei Löwenbräu Hotel Köln, ist auch ein bisschen teurer, immerhin 2,95 Euro. Ja, mal sehen. Aber ich möchte auch gerne in der Sonne sitzen, wenn das Wetter schon schön ist und deshalb bin ich bereit, das zu bezahlen dafür, für ein Kölsch. Nach diesem Domaufstieg. Was für ein Scheißladen. Merkt euch den Laden, wer in Köln ist, dieses Löwenbräu Hotel. Der Typ steht da, guckt in die Sonne, sieht mich, macht keine Anstalten, mal herzukommen, eine Bestellung aufzunehmen. Ja, Schlecken 3,50 Euro, gehe ich einfach anders hin. So, hier hat es geklappt. Hier waren wir auch schon mal. Am Heumarkt ist das hier. Pfeffermüde heißt der Laden. Und das ist das Kölsch, das ich mir verdient habe. Ich weiß nicht, was es kostet. Hier stehen keine Preise, weil ja auch keine Karte auf dem Tisch liegt. Aber ich glaube, 3,30 Euro wird es nicht kosten. Erfrischend. So, ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich in Köln bin, eine kölsche Spezialität zu probieren. Jetzt habe ich mir diese Reibekuchen endlich mal geholt, die fast so aussehen, wie bei meiner Oma zuhause. So bei meiner Mutter. Auf jeden Fall besser sind, als diese polnischen Dinger bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Und das Ganze für 5,50 Euro. So eine Riesenportion. Ich bin sehr gespannt. Das sind die Reibekuchen aus der Salzgasse, in der ich gerade befinde. Schmeckt ganz hervorragend. Genauso das Richtige. So, genug unterwegs gewesen. Verabdöhnung ist vorbei. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Stärkung. Und ja, wir sind bei Burger King. Da gibt es einen Long Chicken. Bei mir. Und bei Stefan gibt es eine aus der Kings Selection. Ich guck mal. Alles bisschen schwer mit einer Hand. Ja, keine Ahnung, kann man nicht erkennen. Und zwar den Kings Eve Doppel im Menü. Hier ist mein Burger. Ich meine, die Preise sind echt enorm gestiegen. Der Burger allein kostet über 11 Euro. Aber ich muss sagen, es sieht natürlich gut aus. Und einen leckeren Flüßtee gibt es. Und Zwiebelringe. Ich hatte auch einen tollen Tag. Also so viel Sonne habe ich dieses Jahr aber gar nicht getankt. Vitamin D auf jeden Fall genug bekommen heute. Ich habe gehört, es soll ein richtig schreckliches, schäbiges Zimmer sein. Ja, es hat irgendwie was. Es hat auch irgendwie was. Also, was ich sehe, was ihr gleich auch sehen werdet, es erinnert mich ein bisschen an das Anwesen von Rick Owens. Naja, egal. Oh Gott. Ne, die Toilette nicht. Ja, alles sehr klein und eng. Aber hier auch. Eigentlich ist das ganz cool hier, wenn ich ehrlich bin. Das hat einen coolen Vibe irgendwie. Ja, irgendwie wie das hier. Das liegt hier eklig aus. Auch mit diesen Fliesen drauf. Naja, egal. Das Bett sieht ganz cool aus. Ach so. Ja, es war zur Zeit so, dass die Hotelzimmer in Köln total teuer sind. Doppelte und dreifache wie sonst. 300 Euro. Und dieses Zimmer gab es hier für 150 Euro. Und das liegt von der Lage her, muss ich sagen, wirklich gut. Fast so wie unser Steigenberger Hotel, wo wir beim letzten Mal waren, Simon und ich. Aber das Zimmer ist eben ein bisschen spärlich. Das ist, glaube ich, ein Hostel. Keine Ahnung. Oder ich weiß nicht genau, was das hier ist. Auf jeden Fall gibt es hier nur das Nötigste. Und das reicht natürlich auch für eine Nacht. Mein Gott. Ja, wie man sieht, hört man nichts. Wir haben die Aufnahme an diesem Tag mit der GoPro aufgenommen, mit den Media Mods zusammen. Und da muss irgendwas passiert sein beim Zusammenstecken des Ganzen. So, dass der Ton nicht mit aufgenommen worden ist. Und das leider bei allen GoPro-Aufnahmen von diesem Tag. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das Ganze am Laufen halten. Denn die Show muss ja weitergehen. So, dann ging es natürlich erstmal los mit Auto ausparken. Aber was man da vormachen muss, ist natürlich ja erstmal am Parkautomaten das Geld zu bezahlen. Das waren, glaube ich, 25 Euro. Und ja, dann ging es auch weiter. In Richtung Willingen. Und weil wir ja nett sind, haben wir für Simone auch ein paar Sachen im Urlaub besorgt und haben sogar Geschenkpapier gekauft, um ihr das auch schön überreichen zu können, das Ganze. Auf dem Weg nach Willingen war auf der anderen Seite der Autobahn ganz viel Stau. Ja, und das ging wirklich kilometerlang so. Wir haben auch dann irgendwann die Ursache gesehen, da war ein Lkw auf der Fahrbahn umgekippt. Und ja, was passiert ist, wissen wir natürlich nicht, ob es schlimm war. Auf jeden Fall hatten wir freie Bahn und waren dann auch zwei Stunden später schon in Willingen mit kleinen Hindernissen. Wir können dann mal kurz polarization, bis wir mal gucken über den nhất Potenzial. innen und Plätze der Gegend. Und dass auch diese Gesch introduced sind? Bis zum Mund, wir werden mal kurz in Zeitrag. Und dann wollen wir mal kurz. Gut. Ja Ich wohne viel häufiges. Und dann wollte das laufen. Und dann würde ich sehe mich lieber jaseben. ищ, auch in der Zeit Tag. Im Sommerland mussten wir auf den kurvigen Straßen sehr lange einem Trecker hinterherfahren. Es war nicht möglich, den zu überholen. Irgendwann war es möglich, aber es war schon ziemlich nervig. Auf dem Weg zu unserem Ziel haben wir auch ein älteres Ziel von uns gesehen, wo wir mal hochgeklettert sind, und zwar die Bruchhäuser Steiner. Ja, da sind wir mal hochgestiegen bis zum Höhenkreuz, war eine tolle Aussicht und immer ein toller Ausflug. Als wir unser Auto dann geparkt haben, haben wir sie auch schon erblickt, den Skywalk in Willingen. Das ist die längste Fußgänger-Hängebrücke in Deutschland und die zweitlängste der Welt. Ja, die längste ist nämlich in Tschechien, aber ich weiß noch, bevor wir erstmal auf die Brücke kamen, mussten wir jede Menge Treppen laufen. Ja, hier sieht das Ganze noch etwas einfacher aus, aber dann ist man da so eine, wie nennt man das, eine Schanze hochgelaufen. Ja, das war die Mühlenkopf-Schanze in Willingen. Und man sieht hier auch, gut, dass man den Ton nicht hört, wie ich am Schnaufen bin. Ja, Stefan hat das sehr angestrengt. Der hat, glaube ich, auch drei oder vier Pausen gemacht. Ich glaube, ich habe eine Pause gemacht, habe mir das ein bisschen so leicht genommen. Aber ich weiß noch, als ich dann aufgehört habe zu gehen, haben meine Oberschenkel, die haben sich so angefühlt, als würden die gleich platzen. Also es war ein echt komisches Gefühl. Ja, und ich kann froh sein, dass ich einen Tag vorher noch den Kölner Dom als Übung hatte, denn das ist echt hier der Wahnsinn. Und der Kölner Dom ist dagegen ein Witz gewesen, dass man diese Treppen an der Schanze hier hochsteigt. Was wir zuerst dachten, als wir von unten auf die Brücke geguckt hatten, ist, dass da Glasbilden sind. Wäre auch ganz cool gewesen, aber am Ende war das nur so ein Gitter, was, ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war jetzt. Aber dann konnte man dann immerhin mal ab und zu nach unten gucken und sehen, wie hoch man eigentlich ist. Und die Aussicht war ja auch wunderschön. Ja, man muss mal sagen, John springt hier ein bisschen drauf rum, um mich ein bisschen nervös zu machen. Das hat ein bisschen geschwankt, das Ganze, die Brücke, hauptsächlich wegen des Windes wohl. Und diese Drahtseile, die haben mich an die Golden Gate Bridge erinnert. Also die Dinger, die halten schon, glaube ich, ganz gut was aus. So langsam nähen wir uns jetzt in der Mitte der Brücke und hier nochmal so ein schöner Blick nach unten. Es sind 100 Meter, aber es ist eine wirklich erstaunliche Höhe. Wird schon ein bisschen komisch, das Gefühl, wenn man da runter guckt. Aber Angst hatte ich wirklich nie, weil ich wusste ja, dass es abgesichert ist. Man hat ja auch die dicken Drahtseile links und rechts gesehen. Also ich habe gesehen Leute, die da so ein bisschen nervös drüber gelaufen sind. Aber ich weiß immer, es ist ja alles abgesichert und wenn es gefährlich wäre, würde es da ja auch nicht stehen. Ja, und hier in der Mitte der Brücke, da war so ein Mann mit so einer Konstruktion. Ich habe gedacht, er will Bungee Jumping machen, aber die haben dann nur irgendwelche Sachen hochgeseilt oder abgeseilt. Am anderen Ende der Brücke übrigens hat uns gar nichts erwartet. Da waren vielleicht ein paar Wanderwege, aber wir haben es einfach so gemacht. Wir sind einfach einmal rübergegangen, haben diesen Gang über diese Brücke echt genossen. Und dann ging es auch schon nach einem kurzen Aufenthalt drüben am anderen Ende auch schon wieder zurück. Und wir hatten sogar Glück, dass ein bisschen sogar die Sonne rauskam. Aber der Wind auf der Brücke war ziemlich eisig, oder? Ja, man ist da so ein bisschen langgelaufen wie so ein Betrunkener. Sieht man hier auch, aber man geht nicht gerade. Und das liegt auch daran, dass hier ein paar Leute uns entgegenkommen. Und je mehr Leute auf der Brücke sind, umso mehr wackelt diese Brücke. Sie schwankt nicht, sie wackelt. Also man merkt, dass sie schwingt. Also es sieht irgendwie gar nicht nach 100 Metern aus, würde ich sagen. Aber laut Hersteller sind es 100 Meter. Und eigentlich ganz gut, dass es hier so eine Roste ist und kein Glasboden. Da hat man ein bisschen mehr Vertrauen dazu. Ja, und nach diesem Abenteuer, dieser tollen Brücke, wie hat es dir gefallen? Ja, mir hat es gut gefallen. Ja, eigentlich habe ich nicht viel davon gehalten, weil ich dachte so, ja, so besonders wird es jetzt nicht in einem Ort, der Willingen heißt, wenn man da über eine Brücke läuft. Aber ja, bis auf den Aufstieg war es richtig cool, das war ein bisschen nervig. Ja, und danach haben wir uns erstmal in Willingen ein schönes Mittagessen gegönnt. Raus aus dem Wind, rein ins gemütliche Wirtshaus. Wir sind hier mitten in der Innenstadt von Willingen, wo eben alles sich abspielt hier in so einem Ort. Ja, haben wir das für Essen bestellt. Und ein alkoholfreies Meisels-Weißbier. Das ist das leckerste, für mich leckerste alkoholfreie Bier, was es gibt. Prost. Und was bringt es dann, wenn kein Alkohol drin ist? Geschmack. Geschmack und ich kann noch weiter Autofahren. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen so meine Liebe zu Kakao entdeckt. Ich habe mir zu Hause öfters einen Kakao gemacht, aber immer kalt so. Also nur Kakaopulver rein und so oder von Nesquik halt was. Aber während meiner Klassenfahrt in den Niederlanden bin ich öfters mit ein paar Freunden in so einen Kaffee gegangen. Und ich wollte halt keinen Kaffee trinken, weil ich halt keinen Kaffee mag. Und dann konnte man halt immer Kakao bestellen und war eigentlich immer ganz lecker. Ja, was ist mein Essen heute? Ein Burger, ein Cheeseburger. Ich sehe, er ist viel Bacon drauf. Und dazu gibt es Pommes mit Mayonnaise. Und bei Stefan gibt es ein Schnitzel, das versteckt unter Spiegelei und ganz viel Kartoffeln ist. Ja, ich habe mir eine schöne Schnitzel bestellt hier mit ein paar Kartoffeln, Spiegelei, Bacon. Einfach lecker. Und Hunger haben wir jetzt auch. Das ist wieder Frühstück und Mittagessen in einem. Wir sind angekommen. Ja, also ich freue mich total, obwohl ich mich gefreut hätte, wenn ihr noch zwei, drei Tage länger weggeblieben wärt. Also mir ist die Zeit viel zu schnell zwischen den Fingern davon geflogen. Ich konnte gar nicht alles machen, was ich wollte. Trotzdem waren wir so nett und haben Sie im Monat was mitgebracht. Das habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Und ich weiß jetzt nicht, sind das Verarschungsgeschenke oder ist das wirklich? Nein, nein, nein. Guck wie schön das verpackt ist. Das wundert mich schon. Das ist doch Verarschung oder nicht? Das ist aber bestimmt auch nicht im... Ist das im Geschäft eingepackt worden? Das frage ich mich jetzt gerade. Die packen das, glaube ich, anders ein. Ich glaube, ich werde verarscht. Na, das geht jetzt ein bisschen schneller. Das sind seltene Sachen, die du hier nicht kriegst. Oh mein Gott, Fire. Von? Von? Von euch. Von Taco Bell. Ach, ne. Also was Scharfes, scharfe Soße, okay. Das sieht nicht nach Taco Bell aus. Und das sind viele Grüße aus Oberhausen. Okay. Also habt ihr noch Geschenkpapier gekauft und dasselbe eingepackt? Hätte ich ja nicht gedacht. Jetzt bin ich aber echt neugierig. Ah ja, sehr schön. Aus dem Hotel. Ein Stift und ein Block. Das finde ich aber jetzt wirklich super. Notizzettel, ich liebe sowas, ja. Das fände ich richtig klasse. Das wird wahrscheinlich eine Seife, ein Shampoo oder irgendwas aus Oberhausen aus dem Hotel sein. Grüße aus unserem Wohnwagen in Holland. Ach, ja, da bin ich ja gerne mitgekommen. Was ist das denn? Ach, Düsse. Ach, cool. Ja, das sind ja mal tolle Geschenke. Das ist der einzige Flop bisher. Das kommt Grüße aus Efteling. Das ist ein bisschen schwerer. Kennen die Zuschauer das alles schon? Nee. Das sagt mir jetzt nichts, weil ich den Park nicht kenne. Ist das das Maskottchen? Nee, das ist Rotkäppchen. Nee, das ist Rotkäppchen. Ach so, Hoden of Vickes. Das sind solche Steine, die bemalt werden, die man dann irgendwo liegen lässt und dann finden kann. Das weiß ich, aber das aus Efteling, habt ihr das da irgendwo gefunden oder gekauft? Ja, gefunden. Ach, gefunden. Diebt doch für dich dein Geld aus. Ihr hattet doch schon mal so was Geiles, so eine Brezel. Ja. Ja, super, klasse. Das ist, ach so, das ist aus dem Sauerland. Vernasch mich? Nee, nee, die Fahner drin. Wer schenkt mir das jetzt? Nein, hallo. Stefan? Die, 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 also das ist, ach egal. Die, 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 das, der Inhalt ist nicht da. Ja, das haben wir einfach da reingesteckt, weil das bei mir ein Burger drin gesteckt hat. Ach so. Von dir wird sich, glaube ich, keiner vernaschen lassen. Und der, und der, und der Inhalt ist aus Rotterdam. Rotterdam, das ist eine Flasche. Ach, das sind ja geile, das ist ja lustig. Und das habt ihr gekauft? Ja, das habt ihr, glaube ich, gekauft. Nein, wir geben für dich kein Geld aus, haben wir das schon gesagt. So, das war auch irgendwo in einer Hotelbar. Hotel, ja, in einer Zimmer. Ja, ein Sauvignon, ein Weißwein. Ja, also das sind tolle Geschenke. Da lache ich mich jetzt echt geschlapp. Ähm. Na, das, das ist scharfe Soße. Könnten wir ja mal irgendwie vielleicht eine Challenge uns zu überlegen. Und, Simone? Alles andere behalte ich, finde ich klasse. Challenge braucht man dafür nicht, die Soße ist gar nicht so scharf. Ich habe mir nämlich zwei Stück auf meinen Taco gemacht, mache ich immer. Und, Simone, weil wir dich ja jetzt so schön beschenkt haben, kannst du ja heute mal die Absage machen, während ich dann meine Reisetaschen auspacken kann. Und in dieser Tüte, wo wir die Geschenke hatten, ist auch noch Stephans Nagelschere drin, nicht vergessen. Die wir gebraucht haben, um das Geschenkpapier zu zuschneiden. Ah, ja. Ja gut, also freue ich mich über die Geschenke. Und den Vlog, den ich ja bis dahin auch noch nicht kenne, was davor jetzt schon kam, gucke ich mir mit euch sehr gespannt an. Und, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin gar nicht mehr im Flow. Ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen, dass ihr die Jungs so lange ertragen habt in diesem Video. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, schreibt nette Kommentare und lasst doch bitte ein Abo da. Würde uns sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist ja klasse. Das ist ja klasse.